Ich weiß auch nicht, was die Distanz ist, um die Zombies zu aktivieren. Da könnte jemand liegen. Da ist eventuell jemand. Was, auf dem Berg meinst du? Ja, auf dem Berg, da ist irgendwas am liegen. Okay, warte. Das könnte jemand sein. Achso, ich hab ja noch was besseres. Ich weiß nicht genau, wo du meinst. Jopp, da liegt einer. Rechts oder eher links von dem braunen Berg hier? Da, wo ich durchgucke. Hier durch die Tannen. Da liegt einer. Ah, ja, ja, da liegt einer. Okay, okay, wieviel Meter? Ja, Moment. Hat er uns nicht im Visier irgendwie? Nein. Das sind 500 Meter. Okay, 500. Ich eröffne, du schießt nach, oder was? Ja, du eröffnest, ich schießt nach. Alles klar, ich fange jetzt gleich an. Er tutet. Also, einmal haben wir sie getroffen. Jo, der ist down. Er ist down. Ja. Verstecken. Komplett verstecken, komplett. Also. Ja, ich muss noch Waffen wechseln, das ist bei mir ein bisschen stressig. Da kommt ein Zombie dazu. Oh ja. Alles klar. Okay. Hinter der Militärbasis quasi. Ah, das klar. Dahinter kommt ja die Stadt, ne? Ah, ja, ich sehe. Er läuft nach rechts runter, jetzt geradeaus runter. Und jetzt wieder nach rechts runter. Ja. Ich gehe schon mal auf Mosin. Nach rechts weiter. 500 wieder, oder was? Ich sehe gerade nicht. Ja, da ist er jetzt wieder offen. Jetzt nach rechts. Wenn er versucht runter zu laufen, dann holen wir uns, ja? Er läuft weiter nach rechts. Im Moment sind es 500, ja. Jetzt ist er aber in dem dichten Gestrüpp. Warten wir erstmal, ob er sich irgendwo vielleicht hinlegt. Ja. Um zu scouten. Ist er in der selben Talle wie ich? Ne. Weiß ich nicht. Ich habe Seppes, ich habe Seppes. Hast du Seppes gemurrt? Seppes hinter uns, hinter uns. Oh. Ich blute, ich blute. Ich habe ihn. Ja, ich habe ihn auch einmal getraut. Oh, ich sitze mich offen. Das ist schlecht. Ich habe ein bisschen an Farbe verloren. Ich habe einen Saline. oh mein fuß tut auch weh kann ich noch nicht stehen kann ich noch der hat eine fall glaube ich gehabt wenn das der typ ist der die ganz den ganzen weg hier rüber gelaufen ist der hat eine fall aber bei mir ist er glaube ich ich habe gesehen die akm liegt da von dem also eine sache habe ich mit der fall hat er geballert okay wir ziehen uns erst mal ein gutes stück ich hab beschossen ich hau ab erstmal habe ihn mann alter ich war gerade am stöckchen suchen er lebt noch oder was aber krass hat er hat moment auch eine akm was denn da los guck mal der hat eine holt den sein brustteil hol die ich kann den gerade überhaupt nicht wo ist denn jetzt meine waffe hin kann die nicht gehen keine ahnung und ich konnte sie nicht holen was ist denn eine winter ist geiler scheiß was wir jetzt gemacht haben geiler